Gleich. Kim Possible. Diese Gestalten sind... ...durch und durch böse. Und vor allem... ...wahnsinnig. Genau. Kabumm! Diesmal greifen sie voll an. Ich mach kurz einen Prozess mit ihm und dann werde ich Königin. Doch American Dragon, Stitch, Cusco und Kim halten dagegen. Seht sechs brandgefährliche Abenteuer. Und obendrauf je eine neue Folge von American Dragon und Cuscos Königsklasse. Einen ganzen Nachmittag laufen unsere Schurken zu Hochform auf. Der Schurken-Marathon. Heute ab 15 Uhr auf Toon Disney.